ich habe ihnen nichts zu sagen na dann viel glück ich hoffe sie sterben balsam für die seele das hört noch gerne wir machen direkt weiter mit der hauptmission ich habe mir die holograms noch durchgelesen und gehen zum gewirbe schnelle reisestation brauchen wir nicht brauchen wir nicht team let's go meine grafik ist noch nicht ganz geladen aber klitsch das shuttle einfach ein bisschen hinten ich war seit über 20 jahren mit niemandem mehr hier es gab immer eine aktive anzeige für aya aber wir konnten nie etwas tun ok mal sehen sam ja das ist neu ist das ähnlich wie auf eos sagen sie mir was sehen sie ich denke die entscheidende frage ist was ist anders also was sehen sie die gewölbe wir wissen sie sind ein netzwerk allerdings sind sie nicht miteinander verbunden sondern mit diesem ort dieses bild hat mir der archon auf einer reliquie gezeigt er nannte es meridian und arjas gewölbe ist offenbar als einziges vollständig damit verbunden und es macht wozu es gedacht war terraforming das gewölbe auf eos ist ebenfalls präsent aber verändert unser zugriff darauf hat die verbindung beeinflusst was denken sie professor ich denke meridian ist das kontrollzentrum sämtlicher gewölbe diese entdeckung könnte alles verändern wenn wir meridian erreichen könnten wir von dort aus ganz helios zum leben erwecken langsam rider der archon weiß wo es ist er war bereits dort was wo auf meridian natürlich deshalb die folter ich sollte ihm helfen es zu benutzen weil er es nicht kann meridian ist unsere größte chance zu überleben wir müssen es ihm entreißen ja in seinen händen könnte eine derartige macht unser aller ende bedeuten der archon ist eine gefahr und wir lassen uns von niemandem beherrschen sie brauchen diese reliquie vielleicht weiß ja der widerstand wo das schiff des archons zu finden ist ich rede mit er damit er sie unterstützt wir treffen uns dort also hätte ich das im endeffekt doch zuerst machen können ich habe mich gar nicht mehr daran erinnert weil es nur so kleine mission ist wie das abläuft ok schnellreisestation hier wie schnell ist das wirklich diese schnellreise naja zu langsam viel zu langsam ob das geht schon alles rein ich musste informiert werden es war unrecht mich im dunkeln zu lassen es ist eine laufende ermittlung sollte nicht respektlos sein wo ist der ist ja natürlich nicht und der mensch auch nicht ich hätte sam für mich behalten können das ist was anderes geht sie nichts an jetzt schon wir müssen das flaggschiff der kett finden sagen sie ihm was wirklich passiert ist moschai bitte das könnte unser einziger weg zum archon sein einer meiner männer hat den kett geholfen der widerstandskommandant bain tariff der archon wollte ihr wissen über die reliktek warum sollte wen sie verraten ich weiß nicht darum habe ich nichts gesagt ich werde ihn ergreifen dann wird er für seine tat büßen wissen sie wo er ist kderra port meine kontakte jagen ihn kontakte sie können dort niemandem trauen das sind alles verräter angeführt von exilanten aus ihrer galaxie wen könnte wissen wo der archon ist und sein schiff wir können das nicht abtrünnigen überlassen ich bin noch neu in der galaxie wo genau ist wehen hin kderra port ist ein handelsposten wir haben ihn verlassen als die kette einfielen einige von uns gingen zurück sie unterstützen eier nicht wie kommen exilanten von der nexus dorthin pech für alle ich brauche die reliquie nach meridian und ich habe meine leute im griff ich mache das gefällt mir nicht mir egal der pathfinder hat recht ich sende meine akte über kadera an ihr schiff unser verräter könnte etwas wissen wir brauchen ihn lebend das liegt bei ihm viel glück pathfinder und er war wir sind noch nicht fertig ok ok wie geht's dir ich habe ihnen nichts zu sagen ich wurde nicht dafür geschaffen der art lange in betrieb zu sein na dann viel glück ich hoffe sie sterben ja ja ok was haben wir jetzt upgrades alles bekommen für mission wenn wir schnell rein schauen wir was sie für uns hat vielleicht nehmen wir es mit hier drüben war sie muss ich da rein wieder ja verdammt und um musste zu viel zeit mehr effizient muss der mann sein was geht ab jungs ah ja du hallo ok dann redet halt nicht mit mir dann du halt hätten sie kurz pathfinder es ist mir eine große ehre ich muss ihnen meine bewunderung dafür aussprechen was sie geleistet haben sie haben nicht nur die lehre zwischen den galaxien durchquert sondern es auch durch die geißel bis nach aria geschafft das ist unglaublich ja unsere chancen standen alles andere als gut und doch sind wir hier fremde aus unterschiedlichen galaxien die sich freundschaftlich unterhalten das ist absolut außergewöhnlich ich bin mariko da resch leitender von aran es ist mir eine ehre sie kennen zu lernen erzählen sie mir von sich ich bin selbst eine art pathfinder ich bin ein himmelsbeobachter ich kartografiere die bewegungen der sterne planeten und der geißel ein astronom kennen sie die sicheren routen da draußen wir setzen satelliten ein die uns auf neue gefahren und möglichkeiten aufmerksam machen allerdings haben wir den kontakt zu mehreren von ihnen verloren er ist einfach abgerissen ich habe schon ein schiff zu ihren letzten bekannten koordinaten geschickt aber die scans konnten nichts entdecken ihre tempest ist enorm fortschrittlich ich hatte gehofft sie könnten uns vielleicht bei der suche helfen nein ich musste erst noch ein paar nein aber ich musste nein 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 ich bin nicht zehn verschiedene orte absuchen nein noch so wenn solche missionen anzunehmen dann passt ich glaube jetzt kann ich wieder gut auch machen wahrscheinlich mal schauen was die co zu sagen hat denn es gibt gute neuigkeiten die angara haben uns auf arya eine botschaft eingerichtet das kommt das kommt überraschend was erwarten sie von uns sie haben nicht nur die geißel und die kett überlebt sondern auch ihre zivilisation wieder aufgebaut vergessen sie das nicht ich soll also an ihren stolz appellieren das klingt vernünftig ich werde eine delegation zusammenstellen und sie nach arya schicken danke pathfinder von jetzt an übernehmen wir das geht sonst noch jemand dampf die witcom klitscht ok ok oh oh yeah schaut die aussicht cool aus verdammt cool verdammt cool ich weiß noch warum würdest du gerne einen blick auf jals scans werfen pb weiß dass ich keine patienten daten weitergeben darf es ist sinnlos warum würdest du gerne einen blick auf jals scans werfen und nicht auf meinen ja ich dachte ich hätte die cat schon vorher gehasst aber jetzt wo wir von dem aufstieg erfahren haben ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen wie sich da dabei fühlen muss ich bin neugierig was sie und betrifft es war bestimmt schwer schon so jung auf sich allein gestellt zu sein ja das kann ich wirklich niemandem empfehlen wo war ihre mutter während dieser zeit noch auf palavan schätze ich sie war eine schreckliche frau alles was sie interessierte war ihre karriere sie und mein vater haben sich ständig gestritten ich denke am ende haben sie einander gehasst als es für uns richtig schwierig wurde habe ich darüber nachgedacht wieder zurück zu gehen aber sie hätte uns nicht bei sich aufgenommen was auch immer mein vater getan hat hatte jegliche hoffnung darauf zerstört wo waren sie zu hause auf palavan nein wir hatten palavan damals schon verlassen worin auch immer unser vater verwickelt war bedeutete dass wir dort nicht mehr willkommen waren ich war damals noch nicht mal im trainingslager und sid war gerade mal ein jahr alt wir haben uns letztlich in einer bergbau kolonie in minos ödland niedergelassen zwei jahre später war unser vater fort wie haben sie sich und ihre schwester durchgebracht ich war damals praktisch selbst noch ein kind also blieben mir nur jede menge aushilfsjobs vor allem auf dem bau es gab gefährliche arbeiten die niemand übernehmen wollte also habe ich sie gemacht sowas wie in der höhe zu arbeiten oder irgendwo drunter zu kriechen da ich mit einer waffe umgehen konnte habe ich mich aber irgendwann auf schmuggel verlegt das war zwar noch gefährlicher allerdings auch äußerst lukrativ wir waren nie reich hatten aber ein angenehmes leben sie haben bestimmt viel zu tun wir können uns ja später weiter unterhalten gerne sie wissen ja wo sie mich finden charl ist hier drin ja danke dass sie nach mir sehen aber es geht mir gut ich weiß nicht ob das bei mir auch so wäre es muss sein wie sollte es sonst weitergehen verstehen sie ich bin nicht nur knallhart ich habe auch eine starke schulter das ist sehr freundlich sie sind sehr freundlich in zeiten wie diesen vermisse ich meine familie besonders stehen sie ihrer familie nahe meine familie ist kompliziert es gibt dazu nicht viel zu sagen ok diese zufällige ansammlung von tempest sonderlingen fühlt sich manchmal an wie eine familie stimmt ich hatte nie das gefühl dass ich eine aufgabe habe aber hier ist das anders was ist mit dem widerstand mein platz im widerstand entspricht nicht meinen vorstellungen aber dieses kind auf aria hat zu ihnen aufgeblickt schon aber sie werden etwas wirklich wichtiges vollbringen rider das spüre ich und genau hier gehöre ich hin ich bin froh dass sie hier sind vor allem sie weil ich so geschickt bin und so viel weiß nicht wirklich weil sie genauso gerne zeit mit mir verbringen wie ich mit ihnen ist das so sie sind faszinierend tollkühn und geheimnisvoll und seltsam das ist danke und das meine ich ernst ein bisschen zu viel flirten für den bromance woho was zum teufel dann haben wir noch hier sind nicht normal quora heute nicht bei bibis kabine schauen wir zum fluss vorbei die ist ja am nächsten aufmachen zum ausgang drags dann haben die angara also die ganze zeit gegen ihre eigenen leute gekämpft scheiße ich frage mich wie joll damit fertig wird nicht gut danke für dein einbringendes gespräch vor hey nun da wir ein wenig nachgeforscht haben ist klar dass sie mit spender recht hatten typen wie er würden alles tun um weiter zu kommen ich frage mich nur wie weit er gegangen ist wir können uns später weiter unterhalten klar jo jo sonst noch jemand hier drinnen steckst du jemanden gil ok gut gut guora arbeitet da unten wieder rum eigentlich ist die ganze crew eigentlich nur im obergeschoss der bibi wird nicht alleine irgendwo rum stehen dieses gewölbe auf arja war so wunderschön so lebendig und meridian könnte der schlüssel zu den anderen sein kein wunder dass der archon es unter seine kontrolle bringen will wie alles andere in helis wie geht die suche nach der arche der asari voran wir versuchen immer noch dem flugschreiber ihren letzten kurs zu entlocken und dafür zu sorgen dass wir kampfbereit sind wir sehen uns später ich werde hier sein ok verstehe dann wieder rauf hier unten sollte nichts mehr sein jetzt wird es sowieso gleich wieder weiter geredet wenn wir zu den neuen planeten fliegen da gibt es ja auch haufenweise unterhalten außer ich suche mir noch in der zwischenzeit irgendeine andere mission aus wo ich nicht zu viel reden muss wo es action gibt wird er zurück auf eos gehen wenn wir zurückkommen ist sie der grund dafür es ist kompliziert sowie mach schon denk nach denk nach ich brauch irgend was mit wem reden sie da da leider scheiße sie können sich doch nicht so anschleichen ich rede nur mit mir selbst sagen sie nicht sie würden das nie tun gestresst was ach echt diese sesshaftigkeit ist nichts für mich ich mag es nicht wenn die leute wissen wo ich bin wo mein zeug ist ach was tun sie sonst dagegen ich hau ab ich verschwinde ich ziehe alleine los wenn es mir zu hause so ging habe ich mir eine schwerelosigkeitskammer gesucht oder ein floating becken irgendwas um abzuschalten das bräuchte ich jetzt auch wenn ich einen vorschlag machen dürfte in der rettungskapsel lässt sich die schwerkraft abschalten natürlich sam du bist ein genie das wird mich total verändern rider sie werden schon sehen da drin ist platz für zwei das wollte ich hören und das war's dann bis man sich den kopf anstoßt ja ich wüsste noch was um mich zu entspannen und was was wollen wir rummachen mir ist egal ob sie noch was anderes am laufen haben und ich kann schweigen wir haben einfach nur spaß und lassen dampf ab ohne verpflichtungen ohne bindungen ich mag sie ich mag sie ich will dass es was bedeutet oh gut zu wissen lassen sie uns das hier einfach genießen okay ich muss nicht bearbeiten was das wir hatten recht was das gewölbe auf aya angeht was für eine entdeckung und dieses meridian könnte alle anderen in gang setzen ich wusste es würde sich auszahlen mich an sie dran zu hängen also was denken sie ist dieses meridian das wofür wir es halten alles was wir gesehen haben jedes relikt system das wir entdeckt haben ist mit allem anderen verbunden die bots die monolithe die gewölbe es liegt also nahe dass durch die aktivierung meridians das gesamte netzwerk verbunden und das terraforming in diesem cluster wieder aufgenommen wird sie denken also wir tun das richtige oh ja ich mag es wenn sie mit mir flirten das hatten wir schon nur keine sorge rider ich bin ziemlich hartnäckter darauf können sie wetten diese option machen hopp es leckt ok ok vorher action und nicht bb action sondern kampf action also suchen wir mal eine mission aus wo wir auch was zu schießen bekommen aaaaah die haben noch nichts die haben noch nichts schon nach wetten zur prüfung kann ich kann ich kann ich das machen ah mit leben hätten wir reden können ups schauen wir mal ob wir auf auf aval oder wo etwas für leben finden oder wo etwas für leben finden und wann haben wir da hat er nein vielleicht nicht wo ist aval noch schnell aval hier schauen wir mal sehen wir mal da war was zum schießen wusste gar nicht dass es eine pb one night stand gelegenheit gibt das erste mal durchspielen habe ich pb geromanced aber da habe ich die ähnliche option getroffen auf feste bindung für die frau mit bindungs ängste schauen wir mal liam mitnehmen das heißt char und liam sie mögen sich noch immer nicht wahrscheinlich aber ja passt schon schauen wir mal was die karte sagt ansonsten sind wir hier um den himmel zu genießen wenn wir hier nicht auch in außenposten ist errichten errichten team assemble team wo ist liam er macht wieder gar nichts verlieren wirklich verdammt liam gibt es denn hier nichts für mich das gibt es wieder was willst du nieren nicht leben berät er mich schon zu viel jetzt sollte ich mit ihm reden kann ich nicht wow was haben wir hier das war ein bisschen zu mal vielleicht muss ich mit leben hier ins lager rennen was war das nichts nicht nicht okay was zu sagen nein Ich habe seine Hauptmission nie abgeschlossen, ich weiß nicht was er von mir will. Ich setze das dann genug Action, mehr kriegen wir nicht. Schade, schade, was hat es mit der Thorianne Schnarche auf sich, da habe ich auch schon länger nichts mal gesehen, schauen wir mal was das mir anzeigt, nein, auch nicht. Wir verlassen jetzt Haval, die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder, danke, führe mich zur Action. Ich glaube Lexi möchte mit Ihnen reden. Schön für Lexi. Hoppsi, hoppsi. Ok, dann gehen wir halt. Noch nicht tot, die Thorianische Höche. Arrrr. System, Vorkranten, wir leeren uns gerçek boundaryム. Was wissen wir über diesen Ort, abgesehen davon, dass er eine Zuflucht für Exzellenten von der Nexus ist? Eine Gruppe von Exzellenten, die sich die Verwandten nennt, hat Kaderaport von den Cat befreit. Bis vor kurzem hatten sie die absolute Kontrolle. Aber jetzt ist eine neue Gang aufgetaucht, das Kollektiv. Sie sind zwielichtige Bastarde, angeführt von einem Unbekannten, den man den Scharlatan nennt. Tja, mit ein wenig Glück sind sie so beschäftigt, damit sich gegenseitig zu erschießen, dass sie uns überhaupt nicht bemerken. Sonde unterwegs. Anomalie gefunden. Ah, was ist das? CU? Rockteile. Hm. Hm. Okay. Dann landen wir da und tratschen eine Stunde weiter dann. Wir sind jetzt im Orbit von Kadera. Eine Ansage an alle eintreffenden Schiffe. Der Hafen ist eine Waffenstillstandszone. Auf Befehl von Sloan Kelly. Sie war Leiterin der Nexus-Sicherheit. Seien Sie auf alles vorbereitet und halten Sie die Kommunikationskanäle offen. Wir sollten bald etwas von unserem Kontakt aus dem Widerstand hören. Keine Sorge, ich habe das Mod schnellere Kadera-Tore installiert. Oh, das schaut nett aus. Fettes. Oh. Dann schaut das gut aus. Wir werden gerufen. Ich stelle durch. Es gibt neue Entwicklungen hinsichtlich des Spions Vayne Tariff. Kommen Sie ins Krallersong. Ihr Kontakt nennt sich Shayna. Shayna. Alles klar. Dann schaust du gut aus. Spiel. Sehr atmosphärisch. Sehr cool. Dann lass uns weiterreden. Das nenne ich mal ein Willkommen. Die Exzellenten haben dazugelernt. Nicht übel für ein paar Typen, die mit leeren Händen von der Station geschmissen wurden. Ich sehe nur die Leichen, die sie hinterlassen haben. Unser Lieferant wartet. Los geht's. Wir kommen noch zu spät. Will ich es überhaupt wissen? Nein. Bin ich mit Gru unterwegs oder was ist hier los? Vielleicht will ich nochmal zurück, wenn was hinter mir abgegangen ist. Öffnen. Dann verdammt sind die Türen schnell. Ist das nicht cool? Deswegen spielt man mit Mods. Forschungszentrum, Transit-Konsole. Warte mal, war das ein Mensch? Schaut nicht gesund aus. Dieser Mensch. Irgendwas komisches bei den Augen. Sicher nur. Was. Das sah ich schon mal gleich aus. Das ist nicht rassistisch gegen Asari. Das ist vom Spiel des Sensors. In den anderen Mass-Effekten hat das besser hingehört. Wir haben ein ganzes Budget in Char und Angara reingesteckt. in diesem Spiel. Ja, wirklich. Aber niemand verlässt den Hafen, solange die Andock-Papiere nicht kontrolliert wurden. Die Andock-Papiere, klar. Wie viel wollen Sie? Hören Sie, ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit Ihnen. Aber das ist nun mal ein Schiff der Initiative. Jede Schiff aus der Milchstraße hat irgendwann mal zur Initiative gehört. Ja, aber jetzt nicht mehr. Es ist ja nicht so, dass ich scharf auf dem Papierkram wäre. Aber ich muss eben sorgfältig sein. Das verstehen Sie doch bestimmt. Absolut. Ali im Regeln doch schon. Ist alles in Ordnung? Ja, ich muss nur jemanden schmieren, damit wir den Nomad hier parken können. Brauchen Sie Hilfe? Danke, aber das kriege ich schon hin. Konzentrieren Sie sich lieber auf den Spion. Das bringt mich raus wahrscheinlich. Okay. Werden nach Club. Endlich mal Musik. Wenn dann was. Mal schauen, wie weit wir sind schon drinnen. 30 Minuten. Nicht mein Problem. Sie sind nicht besser als die Nexus. Geben Sie uns nicht die Schuld daran, dass Sie Ihre Schutzgebühren nicht bezahlen können. Sloan leitet keine verdammte Wohltätigkeitsorganisation. Das Ding da unten, oder? Das können Sie nicht machen. Wir leben hier. Dann hätten Sie Ihre Schutzgebühren bezahlen sollen. Und da fragt sich Sloan, warum die Leute zum Kollektiv gehen. Sagen Sie das doch mal. Na los. Was machen Sie mit diesen Leuten? Nichts, womit Sie nicht gerechnet haben. In Port gibt's zwei Regeln. Keine Schusswaffen und du musst deine Schutzgebühren bezahlen. Und was haben Sie dann in der Hand? Tja, die Verbanden müssen sich nicht an die Regeln halten. Sie müssen sie nur durchsetzen. Falls Sie damit ein Problem haben, können Sie sich diesen Arschlöchern anschließen. Pathfinder. Es dürfte schwierig werden, den Spion zu finden, wenn man sie aus der Stadt verreist. Ach, das ist ja richtig. Was war das? Nichts. Ich gehe dann mal. Oh. Shepard hätte da schon sein Revier markiert. Verdammt, Rider. Wo führt uns das hin? Ach, verdammt. Wirklich? Ich renne wieder Umwege. Barfald. Pathfinder, sind Sie vielleicht an den Diensten des Kollektivs interessiert? Woher wissen Sie, wer ich bin? Das Kollektiv legt großen Wert darauf, über alle wichtigen Ereignisse und Personen in Helios Bescheid zu wissen. Das klingt eher nach Informationsmaklern als nach Piraten. Das eine schließt das andere nicht aus. Wer ist der Scharlatan? Es scheint niemanden zu geben, der mir darauf eine klare Antwort geben kann. Der Scharlatan ist unser Anführer und eine Privatperson. Selbst ich bin ihm noch nie persönlich begegnet. Sie nehmen Befehle von jemandem an, den Sie nicht kennen? Ich bin einigen seiner Vertreter begegnet. Leuten, die im Namen des Scharlatans sprechen und seinen Willen umsetzen. Aber wer auch immer der Scharlatan ist, ob Mann oder Frau, er versorgt uns. Mit Informationen, Unterstützung, Ressourcen. Und das genügt mir. Was genau geht zwischen dem Kollektiv und den Verbanden eigentlich vor? Offiziell? Überhaupt nichts. Und inoffiziell? Wir stecken unsere Grenzen ab, Pathfinder. Mehr kann ich darüber nicht sagen. Mir ist nicht ganz klar, was das Kollektiv eigentlich ist. Verständlich. Denn wir haben viele Facetten. Stellen Sie sich uns als Dienstleister vor. Wir erfüllen die Bedürfnisse unserer Kunden. Selbst wenn es darum geht, andere zu töten und zu bestehlen. Überleben ist ein schmutziges Geschäft, Pathfinder. Im Gegensatz zu den Verbanden sind wir jedoch nicht von Hass getrieben. Ich bin mir sicher, der Scharlatan wäre durchaus bereit, mit der Nexus zusammenzuarbeiten. Sofern sich die Initiative als vernünftig erweist. Mal angenommen, ich würde mich Ihrer kleinen Gang anschließen wollen. Wie würde ich das anstellen? Sie sind zwar deutlich berühmter als unsere üblichen Mitglieder, aber die Entscheidung, wer sich uns anschließen darf, liegt alleine beim Scharlatan. Wenn Sie Potenzial haben, wird unser Anführer an Sie herantreten. Üblicherweise geschieht das durch einen seiner Vertreter. Und dann? Für einige war es das schon. Andere müssen möglicherweise eine Prüfung bestehen. Es ist bei jedem Rekruten anders. Danke für Ihre Zeit. Gerne, Pathfinder. Nicht zu danken. Dann haben wir wieder einen farblosen Turianer und eine Asari, die gleich ausschaut wie die anderen. Ich darf Close-Ups. Ja, alles geheilt gingen die Angara. Ja, alles geheilt gingen die Angara. Hat Sinn? Nein? Kommt doch noch was. Okay. Hey! Lenk mich! Wer trinkt, bezahlt auch! Ich sagte... Sie warten bestimmt auf jemanden? Kein Interesse. Kein Interesse. Der Widerstand bezahlt mich für Information und andere Dinge. Sie sind ein Schmuggler. Lieber? Vain Tareff wurde von Sloane Kelly, der Anführerin der Verbanden, verhaftet. Jeder weiß, was er Morshai Sefer angetan hat. Das Volk fordert seine Hinrichtung und Sloane ist eine Frau des Volkes. Egal wie Sie es nennen, sie ist eine Kriminelle. Sie arbeiten für die Initiative. Sloane war Teil des Aufstandes auf der Nexus. Sie wird Ihnen Vane nicht einfach überlassen. Ich hoffe, wir werden uns einig. Es gibt vielleicht noch einen anderen Weg. Bearbeiten Sie Sloane. Ich rede mit dem Widerstand. Wie erreiche ich Sie, falls etwas schiefläuft? Hey, die Rechnung. Stimmt so. Dachte ich mir. Ich habe gar nichts getrunken. Verdammt. Das mag ich jetzt schon nicht. Und du? Was kann ich Ihnen bringen? Und sagen Sie nicht, überraschen Sie mich. Gar nichts. Also, was gibt's Neues auf Cadera? Der Hafen steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Der Scharlatan und das Kollektiv haben es auf Sloanes Thron abgesehen. Anfangs dachte ich, das wäre alles nur Gerede. Aber dann haben Sie angefangen, sich in den Badlands gegenseitig umzubringen. Das scheint Sie ziemlich kalt zu lassen. Wenn man an einem Ort lebt, der von Piraten regiert wird, ist Gewalt ziemlich relativ. Ich mache mir erst Sorgen, wenn die Schießereien meine Bar erreichen. Was halten Sie von Sloane? Mögen Sie sie? Sloane selbst ist ganz okay, aber ihre Schutzgebühren kotzen mich an. Sie verlangt Schutzgeld? Ja, und der Preis für unsere Sicherheit wird immer höher. Trotzdem kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Die Verbanden sind meine besten Kunden. Sie erwähnten den Scharlatan und das Kollektiv. Ja, was ist mit Ihnen? Wer sind die? Wow, Sie sind wirklich neu hier. Niemand weiß, wer der Scharlatan ist. Genau das ist ja der springende Punkt. Er, Sie oder was auch immer leitet das Kollektiv. Diese Kerle sehen sich gerne als eine Art Spionagenetzwerk. Dabei sind sie einfach nur Schläger. Vielleicht ein bisschen cleverer als die Verbanden, aber kein Stück moralischer. Es war nett, mit Ihnen zu plaudern. Das gehört nun mal zum Job. Waren Sie in der Milchstraße auch Barkeeperin? Ja. Macht Ihnen der Job Spaß? Nein. Warum machen Sie ihn dann? Ich bin Ihnen gewohnt. Wenn Sie etwas Gewohntes wollen, sind Sie in der falschen Galaxie. Ich bin, wo ich bin. Ich habe 200 Jahre lang eine Bar auf Tessia geführt und dachte, ich brauche eine Veränderung. Jetzt weiß ich, Veränderungen sind scheiße. Nichts, danke. Na dann. Oh, es muss mal eine groganische Katz hin. Keine groganische Katz hin. Wo führst du mich hin? In die Stadt, okay. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay. Aufmachen, Tür. Sam, erzähl mir etwas über Sloane Kelly. Bevor sie sich der Initiative als Leiterin der Nexus-Sicherheit anschloss, diente Miss Kelly in der Allianz. Ihre Akte aus dieser Zeit ist nahezu makellos. Nahezu? Sie war an mehreren Auseinandersetzungen mit anderen Offizieren beteiligt. Sie ist also ein Hitzkopf. Na toll. Ah, hier gibt es noch Händler für mich. Und. Herr Penner, schuldet. Gib mir was. Okay. Schön. Schön für dich. Datenbets gibt es hier auch. Mordhändler interessiert mich nicht. Da habe ich noch nicht viel reingesteckt. Das ist noch etwas Interessantes. Hier gibt es weitere Händler. Solwohl. Ich habe mich für eine Pistole entschieden. Natürlich. Carnifex. Phalanx. Die erste. Carnifex. Bessere Wahl. Kidera fühlt sich geehrt durch ihre Anwesenheit. Und durch ihre Credits. Wenn sie ein Problem mit mir haben. Ganz ruhig. Ich würde nie einen potenziellen Kunden beleidigen. Du darfst ja gar nicht zum beiden. Da ist ja gar keine Carnifex dabei. Ah. Richard. Ah. Ich hätte gerne Carnifex gehabt. Es wird Zeit, dass dir mal jemand Respekt beibringt, Koganerin. Oh. Sie haben noch mehr Schläger mitgebracht. Komm in die Außenbezirke. Dann klären wir die Sache. Oh. Schubf mich weg. Ein so zerbrechliches Ding wie sie braucht Schutz. Bei mir finden sie die besten Panzerungen in ganz Kidera. Klingt vielversprechend. Warum geschützt? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Sie finden alles in der Konsole. Rebellen. Das schaut gleich aus wie alles andere. Toll. Wunderbar. Nicht interessant, dass hier hinten ein Geheimgang. Den zieht doch jeder. Den zieht doch jeder. Wird mühen. Dann halt nicht. Ich darf rumrennen. Das ist schon mal gut. Ja, ich scanne dieses Ding. Hier darf ich auch nicht rein. Bin mir ganz sicher, ob ich mich da für eine Seite entscheiden kann. Slowen oder Scharlatan. Aber ich schaue mich hier mal um. Wo sind meine Leute? Schauen wir nur. Ah, hier ist der Heftling. Sie passt mich nicht rein. Und was hat sie für ein Make-up auf den Augen gehabt? Ein bisschen Gesichtsbemalung von Lexi geklaut. Wie es ausschaut. Und du bist. Und hier ist die ausgefallene Frisur. Modell eines Kettjägers. Das sind alle blau und pink. Ist das die Zukunft? Muss ich mir auch die Haare pink färben? Dass die YouTuber nochmal schauen, oder? Das gehört dazu, hab ich gehört. Selber. Wie weit sind wir drinnen? Ah, da reden wir noch mit ihr. Verstärkt hier und hier die Verteidigung. Die Kett werden nicht mehr lange so ruhig sein. Was ist? Sie müssen Sloane Kelly sein. Ich bin... Ich weiß, wer Sie sind. Also, was führt einen Pathfinder in unseren Hafen? Vane Tariff. Klingelt da etwas? Was wollen Sie von ihm? Und keine Lügen. Sagen Sie mir, wo Sie ihn festhalten und es gibt keine Probleme. Nein. Daraus wird nichts. Runter damit, sofort! Sie zuerst. Raus hier! Oder Sie sind tot! Danke für die Gastfreundschaft! Oh! Komm schon, da wäre schon noch mehr Renegade drinnen gewesen. Das hätte besser laufen können. Vielleicht hätte Mr. Vidal ja mehr Erfolg. Das ist doch super gelaufen. Ich weiß nicht, von wo aus du redest. Aufmachen. Oh, ich kann mich nicht beschweren. Pathfinder! Hier drüben! Und? Haben Sie sich nett unterhalten? Sie hätte mich beinahe erschossen. Keine Sorge. Ich habe eine andere Lösung gefunden. Lassen Sie mich raten. Es gibt einen Haken, richtig? Keinen neuen. Vergessen Sie nicht, dass Aphra Vane leben will. Wenn Sie drin sind, geben Sie ihm das. Es wird sich durch alles fressen, worin Sloane ihn gefangen hält. Und kann nicht zu uns zurückverfolgt werden. Ein Agent des Widerstandes wird warten und Vane aufsammeln. Hoffentlich sind Vanes Informationen die Mühe wert. Das müssen Sie dann beurteilen, nicht ich. Um die Ecke ist ein Wartungsschacht. Ich schicke Ihnen ein Zugangskode auf Ihr Universalverkzeug. So kommen Sie rein. Der Rest sollte dann eigentlich kein Problem mehr sein. Die Zusammenarbeit mit Ihnen war... Aufschlussreich. Nicht nur für Sie. Kom Sie ins Tartarus, wenn Sie fertig sind. Die erste Runde geht auf mich. Versprochen. Naja, so wie beim letzten Mal, oder? Nein, keine Runden hier. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was hier passiert. Aber wir haben die Zeit. Wow. Ich glaube nicht, dass wir damit durchkommen, oder? Es sieht aus, als führt er zu einem Lagerraum. Sam, ist da oben jemand? Keine Wärmesignaturen geortet. Sie können den Raum betreten. Ach, schau. Wir können nicht mit ihm reden. Wollen wir rausgeschmissen auch? Was wollen Sie? Das Schiff des Archons. Wo ist es? Eine neue Verhörtaktik? Fällt Sloane denn nichts Besseres ein? Vergessen Sie Sloane. Ephra schickt mich. Wenn Sie mir helfen, kann ich Sie zum Widerstand zurückbringen. Wo ich wieder in einer Zelle lande. Das passiert eben, wenn man sich mit den Bösen einlässt. Sie können auch hierbleiben. Sloane freut sich schon auf Ihren Kopf. Ich bin lieber erbarmlich, als Karkin-Futter. Na dann, zurück zum Schiff des Archons. Wo ist es? Weiß ich nicht. Die Befehle kamen über einen Caps-Transponder. Sie könnten allerdings eine Frequenz nutzen, um den Archons zu finden. Haben Sie ihn? Nein, ich habe ihn außerhalb der Stadt vergraben. Er müsste noch dort sein. Das ist Ihr Weg hier raus. Ein Widerstandskontakt erwartet Sie. Wollen Sie gar nicht wissen, warum ich die Mosche verraten habe? Klären Sie mich auf. Wir verlieren den Krieg gegen die Kett. Und dennoch bringt Ephra mein Volk in Gefahr, um eine nutzlose alte Frau zu beschützen. Also haben Sie etwas unternommen. Ich nahm ihm die Entscheidung ab. Der Archon wollte nur die Moschei. Ich dachte, wenn ich sie opfere... Ich wusste nicht, was die Kett meinem Volk angetan haben. Der Archon hat ihren Groll auf Ephra ausgenutzt. Wäre Ephra ein besserer Anführer... Wie auch immer. Jetzt trage ich die Konsequenzen. Yep. Lächte Entscheidung getroffen. Pathfinder, der Kommunikator ist außerhalb der Waffenstillstandszone vergraben. Ich empfehle Ihnen, ein Team dorthin mitzunehmen. Vetra, Drek, sind Sie zurück von... ...was auch immer Sie gemacht haben? Ja, unser vollkommen legales Geschäft ist ohne jegliche Zwischenfälle verlaufen. Schöner, es hat eben Vorteile, einen Krogader dabei zu haben. Sagen Sie Gil, er soll den Nomad-Start klar machen. Ich muss zu einem Ort außerhalb der Stadt. Ah, was gibt mir noch den unteren Teil der Stadt? Wer ist denn tot? Was habt ihr getan? Wenn Sie möchten, könnte ich eine Analyse des Verstorbenen durchführen, Pathfinder. Er ist ein Angara. Sowohl im Gesicht als auch am Bauch finden sich mehrere Schnittwunden. Noch eine Leiche. Für diesen Scheiß zahlen die mir nicht genug. Es gab mehr als einen Mord? Sieben, wenn ich richtig gezählt habe. Aber das ist alles, was ich weiß. Vielleicht hat ja Mr. Vidal weitere Informationen im Pathfinder. Verstehe. Verstehe. Hier war die Bar. Vielleicht kann ich da jetzt meine korganische Mission starten? Was kann ich Ihnen bringen? Nichts, danke. Na dann... Ja. Nichts. Nichts. Was haben wir hier denn noch draußen? Meine Mission war anscheinend noch. Hier. Hier. Hier bist du. Scheiße. Sind Sie okay? Was? Oh, ja, natürlich. Dann sollten Sie vielleicht etwas leiser verzweifeln, damit Sie nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Scheiße. War es so offensichtlich? Äh, ja. Was ist denn los? Ich habe mich vor einigen Wochen den Verbanden angeschlossen. Katis hat mir befohlen, Schutzgebühren zu kassieren. Ich dachte, das wäre einfach. Aber es sind so viele Leute. Ich habe Namen verwechselt und eine Bewohnerin rausgeworfen, die ihre Gebühren bezahlt hatte. Haben Sie nicht protestiert? Doch, natürlich. Aber das tun Sie alle. Wir hören kaum noch zu. Wie hoch stehen die Chancen, dass sie noch lebt? Ich weiß es nicht. Schlecht. Die Badlands sind... Übel. Ich habe darüber nachgedacht, sie zu suchen, aber ich kann nicht riskieren, dass Katis von meinem Versagen erfährt. Ich brauche diesen Job, um meinen kleinen Bruder zu ernähren. Unsere Mutter liegt noch auf der Nexus im Kälteschlaf. Er hat nur mich. Hat dieser praktische kleine Bruder auch einen Namen? Eli. Eli Wessler. Ich denke mir das nicht aus. Pathfinder. Es gibt einen Eli Wessler in der Datenbank der Nexus. Okay, okay. Ich werde Ausschau halten nach... Wie heißt diese Exzellenten? Rami Tamayo. Sie muss zur Abfertigung in den Slums gewesen sein. Aber danach? Keine Ahnung. Der Direktor weiß vielleicht mehr. Alle, die in die Badlands verbannt werden, müssen bei ihm vorbei. Okay, okay, okay. Das ist der Aufzug, dass ich runterkomme. Ich gehe zuerst drücken in die Tempest. Mal ein paar andere Sachen erledigen. Cutsing genießen. Während ich sie skippe. Oh ja, ich bin müde. Ich brauche eine Uhr. Es ist schon eine Uhr. Okay. Okay. Gerade fertig. Komm schon, Spiel. Was ist los, Ryder? Warum meine Dringlichkeitssitzung? Ich habe keine einberufen. Das war ich. Ich habe eine beunruhigende Nachricht erhalten, als wir auf Kadara waren. Es gibt Spannungen in der kroganischen Kolonie auf Eladen. Die Lage ist ernst. Spannungen unter kroganern? Was Sie nicht sagen. Ich würde nicht Ihre Zeit damit verschwenden, wenn es nicht wichtig wäre. Wir müssen hin. Ich stimme zu. Nagmor Mordor hat sich zum Overlord der Kolonie aufgeschwungen. Das ist merkwürdig. Nein, für uns hat der Archon Priorität. Wir müssen uns auf seinen nächsten Schachzug konzentrieren. Joel hat recht. Wir werden keine überstürzten Entscheidungen treffen. Drag hat dem Team von einem Problem berichtet. Fahren wir die Emotionen runter und betrachten wir die Sache mit klarem Verstand. Okay, und wenn wir schon dabei sind. Ich habe gehört, wie Gesetzlose auf Kadara über Aktivitäten im Remarve-System geredet haben. Nein, das ist das System, in dem sich die thurianische goldene Welt befinden sollte. Remarve? Dort gibt es keine lebensfähigen Planeten. Nur ein Asteroidenfeld, in dem Verbrecher Bergbau betreiben. Eladen soll auch ziemlich unwirtlich sein. Voller marodierender Plünderer, die nichts zu verlieren haben. Mist. Niemand kämpft härter als Leute, die nichts zu verlieren haben. Wir müssen erst den Ketttransponder finden, der uns zum Schiff des Archons führt. Unser Ziel lautet, hier eine neue Heimat zu schaffen. Und man weiß nie, wozu etwas gut sein kann. Wie auch immer. Geben Sie Kello die NAV-Punkte für ihr Laden und diese potenzielle thurianische goldene Welt. Wir wollen alle Optionen verfügbar haben. Hey. Von Wegtreten oder Sitzung beendet war nicht die Rede. Sitzung beendet. Weitermachen. Sehr witzig. Okay. Unendlich viel zu tun. Wir wissen es, wir wissen es. Natürlich gibt es unendlich viel zu tun. Im Rettungskapselraum, wie üblich. Ja. Ja, dann reden wir noch schnell mit Bibi. Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Ich werde es tun. Ich habe sämtliche Tests durchgeführt. Sie ist ungiftig. Wenn wir hier leben wollen, muss jemand das Risiko eingehen und versuchen etwas zu essen. Dr. Tepero, bitte unternehmen Sie etwas. Tun Sie es nicht, Suki. Sie haben mich verraten? Ich dachte, wir wären Freunde. Sie, Sir, werden ab sofort zu keiner meiner Partys mehr eingeladen. Was haben wir Wissenschaftler, die das untersuchen können, Suki? Denke nach, denke nach. Ja, Bibi? Das ist bekannt. Darauf können Sie wetten. Nur bei ihr gibt es immer den gleichen Flirt. Slakt. Slakt. Jo. Episode vorbei. Ich mache die restlichen Sachen später. Bin müde. Püß. So.